Eine Ausflugsfahrt umsonst, mit gratis Essen und Geschenken. Solche Einladungen erhalten viele von uns in diesen Tagen. Wer mitfährt, wird oft böse überrascht. Wenn Sie das nicht kaufen, laufen Sie blindlings in die Demenz rein. Statt eines Ausflugs findet eine Verkaufsveranstaltung statt. In meist abgelegenen Gasthöfen. Das ist doch Betrug. Er kämpft gegen diesen Betrug. Der ehemalige Polizeikommissar Bernhard Stitz. Wenn er erfährt, dass mal wieder Senioren übers Ohr gehauen werden, greift er ein. Wir stoppen jetzt die Veranstaltung. Wir gehen jetzt rein und machen den Laden dicht. Stitz verdirbt den Veranstaltern immer wieder das Geschäft. Einschüchtern lässt er sich nicht. Sie können heute abgemahnt werden als Mitstörer nach diesem Gesetz. Sitzendrin Lagerbesprechung in der Küche der Betmanns. Uwe und Susanne haben eine Einladung erhalten. Eine Ausflugsfahrt mit Schiffstour. Alles gratis. Sie sind skeptisch und haben deshalb den Ex-Polizisten Bernhard Stitz informiert. Ein Tipp von der Verbraucherzentrale. Nach meiner Erfahrung, die Schiffstour, die hier angeboten wird, wird nicht stattfinden, also nicht enttäuscht sein. Die Bethmanns werden trotzdem mitfahren. Bernhard Stitz brieft sie, wie sie sich verhalten sollen. Ich gehe mal davon aus, dass gleich so ein einsam gelegener Gasthof aufgeräumt werden wird. Und wenn sich dann einer von euch traut, gleich mal zu fragen, was mit der Schiffstour passiert. Sehr gerne. Sehr gerne. Der Spruch ist ja typisch für den. Typisch für Ganoven. Genau. Auch Karin ist mit dabei. Die 77-Jährige kämpft seit Jahren zusammen mit Bernhard Stitz gegen Kaffeefahrten. Wir halten Verbindung draußen vor und sobald es da zu einem Verkauf kommen wird, sind wir dann dabei mit dem Polizei und Autosamt. Da bin ich ja mal gespannt. Wir auch. Was heute so abgeht, ja. Ausgestattet mit einer versteckten Kamera und einem Ortungsgerät wartet das Undercover-Team an der Bushaltestelle. Mit ihm viele andere Teilnehmer, alles Senioren. Die meisten von ihnen glauben an die versprochene Schifffahrt auf dem Steinhuder Meer. Ahnungslos steigen sie ein. Fünf Millionen Deutsche nehmen jährlich an solchen Ausflugsfahrten teil. Bernhard Stitz fährt nicht mit. Er ist schon zu bekannt bei den Veranstaltern solcher Reisen. Er verfolgt den Bus mit einigem Abstand. Nach 20 Minuten die erste Nachricht. Unsere Undercover-Senioren teilen gerade mit, dass das nach Isernhagen gehen soll. Soweit meine Kenntnisse ausreichen, ist das wohl nicht das Steinhuder Meer, was wir jetzt anreisen werden. Mal abwarten. Der Bus fährt eine weitere Haltestelle an. Noch mehr Teilnehmer steigen ein. Laut Einladung sollte die Fahrt kostenlos sein. Doch nun kassiert der Fahrer von jedem Teilnehmer drei Euro. Warum kostet das denn jetzt was? Na, das stand doch auf der Einladung drauf. Also auf meiner nicht. Nach meiner Erfahrung nach über 100 Kaffeefahrten, die ich begleitet habe, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu bei 100 Prozent, dass das, was versprochen wird, nicht eingehalten wird. In dem Fall ging es um diese Schifffahrt. In anderen Fällen werden Fahrräder angeboten, Fernseher. Alles Mögliche wird als Gewinn versprochen, aufgrund eines Jubiläums oder aufgrund eines Preisausschreibens. Versprechen müssen eingehalten werden. Doch meist passiert das nicht. Achtung, die nächste Nachricht ist eingegangen hier von unseren eingeschleusten Undercover-Agenten. Wir fahren jetzt nach Husum in die Alte Mühle. Husum in Niedersachsen ist gemeint. Stitz vermutet, dass hier gleich ein Verkauf stattfinden wird. Und ohne Anmeldung wäre das illegal. Die ersten Teilnehmer werden skeptisch. Fahren wir noch zum Steinhuder Meer auf die Schifffahrt? Wollen Sie da etwa nicht hin? Ja doch, unbedingt. Na sicher fahren wir da hin. Das ist doch der Zweck dieser Reise. Es gebe jetzt das Gratis-Frühstück, verspricht der Veranstalter. Bernhard Stitz beobachtet die Situation aus einigen hundert Metern Entfernung. Die Leute sind darauf angewiesen, dort zu bleiben. Die können sich nirgends anders aufhalten, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Stunden. Sondern sind richtig festgenagelt da an dem Gasthof. Von hier weg kommt so leicht keiner. Umso leichter ist es für den Verkäufer, seine Gäste einzuschüchtern. Einige Herrschaften bekommen heute so einen original verpackten Handycomputer als Geschenk. Hier und heute mit nach Hause. Aber hier im Saal sitzen einige Gäste, die kann ich nicht leiten. Von der ersten Sekunde an schon nicht. Und wenn ich jetzt so teure Geschenke verschenken darf, wen suche ich mir da aus? Doch jemanden, der mir sympathisch ist, oder nicht? Zuckerbrot und Peitsche. Nach diesem Prinzip laufen viele solcher Verkaufsveranstaltungen. Doch noch kann Bernhard Stitz nicht eingreifen. Das Problem ist jetzt. Bis jetzt ist nichts passiert. Also das Frühstück darf es geben, solange nichts verkauft wird. Das heißt, wir müssten jetzt hier warten, bis der erste Verkauf stattgefunden hat. Bis dahin wird Stitz mit Karin in Verbindung bleiben. Seit zwölf Jahren gehört sie zum Undercover-Team des pensionierten Polizisten. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Rolf Jort hat die 77-Jährige schon einige Einsätze mitgemacht. Ich hab's ja auch schon erlebt, wenn ich zu viel gesagt hab, dann ist der Adjudant von dem Redner gekommen, hat mir eine Handvoll Bonbons hingelegt und gesagt, ich soll erst mal die Bonbons lutschen, die Klappe halten. Das wäre so gut, da bei dir. Zu mir hat letztens auch einer gesagt, weil ich zu laut war, hier, machen Sie mal weiter, ich schmeiß Sie gleich raus. Auch ein Veranstalter. Sobald die verkauft haben, sind Sie weg. Ja. Das geht ratzifatze. Das ist ratzfatz. Denn die Lügen, wenn sie den Mund aufmachen, wenn sie sich vorstellen, dann sind sie weg. Da gibt's da noch mal einen Gutschein, noch mal extra drauf zu. Die Einladungen ähneln sich. Angepriesen werden gratis Ausflugsfahrten und Geschenke über Geschenke. Man glaubt das gar nicht. Für Ehepaar gibt es selbstverständlich die doppelte Menge und noch mal eine Espressomaschine mit dabei. Siehe, Foto oben, da ist sogar noch ein Bild von dieser Maschine da. Das ist unglaublich. Auf der Rückseite hier steht auch noch mal dabei gepackt, hier noch mal zusätzliche Geschenke. Für die Dame noch mal, da gab's noch mal ordentlich was hier. Ein Topfset noch mal dazu. Nur, was Sie nicht da reinschreiben, ist, dass du diese Geschenke ja alle nur bekommst, wenn du auch was gekauft hast. Ja, das ist ja das, was zieht. Wenn Sie das reinschreiben würden, dann würde ja keiner mitfangen. Ich sehe, also so doof sind Sie ja noch auch. Im Grunde genommen haben Sie sich damit gelockt. Zurück am Einsatzort im niedersächsischen Husum. Stitz ruft beim Ordnungsamt an, will wissen, ob die Verkaufsveranstaltung vorschriftsmäßig angemeldet wurde. Wenn nicht, ist sie illegal und kann durch die Polizei aufgelöst werden. Ist bei Ihnen ein Wanderlager angezeigt zur Alten Mühle? Wenn ja, ja, ist es nicht, nein, keine Ahnung. Es liegt keine Anmeldung vor. Das heißt, hier darf kein Verkauf stattfinden. Das scheint den Veranstalter aber nicht zu stören. Er präsentiert den Senioren jetzt eine Matratze. Für stolze 2.900 Euro. Weil das keine normale Matratze ist. Diese Matratze kann Demenz stoppen. Wie geht das? Das ist der Hauptnervenstrang, der hier einmal durch die Wirbelsäule läuft. Und wenn hier zu viel Druck drauf ist, wird unser Gehirn minder versorgt. Und das löst im Alter die Demenz aus. Die Matratze minimiert hier den Druck und stoppt damit die Demenz. Also, greifen Sie zu. Sie merken das doch, dass Sie schon langsam schusselig werden. Über 4 Stunden redet der Verkäufer auf die Senioren ein. Doch niemand will die teure Matratze kaufen. Und auf einmal hat es der Mann sehr eilig. Ich muss den Bus überbrücken, der springt nicht an. Und ihr wollt ja noch ans Steinhuder Meer. Das kommt Karin merkwürdig vor. Sie schlägt Alarm. Bernhard Stitz will wissen, was da los ist. Und gibt seine Tarnung auf. Und dann sagt er, 13 Kunden, die das kaufen. Und die das kaufen, die kriegen noch tausendmal Höheres an Preise. Die Unruhe nutzt der Verkäufer, um in seinem Wagen zu verschwinden. Bernhard Stitz fragt beim Busfahrer nach. Hallo, schönen guten Tag. Geht es noch zum Steinhuder Meer? Bitte? Geht es noch zum Steinhuder Meer? Ich krieg das per Telefon gesagt. Sie kriegen gleich? Es wurde ja versprochen. Der Busfahrer hat gar keinen Plan, bekommt die Route von irgendjemandem am Telefon gesagt. Auf einmal taucht die Gastwirtin auf. Wenn Sie Ihre Räumlichkeiten wieder besseren Wissens an solche Ganoven, bleiben es ja, vermieten, dann sind Sie dran. Dann können Sie abgemahnt werden als Mitstörer zum Schutz nach dem Gesetz zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb. Da werden einige Tausend Euro auf die zukommen, die Sie bezahlen müssen. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt auf Dauer lohnt. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe mit der Ortesbehörde telefoniert. Die wissen auch, dass hier schon mal so was stattgefunden hat. Die sagten mir, heute darf nichts stattfinden. Am Telefon ist jetzt das Busunternehmen, das der Veranstalter für diese Fahrt gebucht hatte. Hallo. Es ist so abgesprochen worden mit dem Veranstalter heute, dass nach dieser Veranstaltung im Gasthaus es wieder die Bushaltestellen zurückgeht. Ist das richtig so? Ja, kann mir nicht gut. So, habt ihr jetzt mein Fahrer gerade? Alles klar. Alles klar. Gut, dann fahren Sie jetzt die Bushaltestellen zurück. Das wollen wir ja nur wissen. Also sollte es von Anfang an gar nicht zum Steinhuder Meer gehen. Sie fahren ja jetzt nicht zum Steinhuder Meer. Der Fahrer ist gebucht worden von dem Herrn dort drin. Und hiermit ist die Reise beendet. Und Geschenk haben wir auch nicht bekommen. Haben Sie auch nicht bekommen? Nein, ich bitte ja. Das war eine Kaffeefahrt. Auf Kaffeefahrten werden viel versprochen, damit die Leute hinkommen. Sie werden hier auch bei der nächsten Kaffeefahrt Billigprodukte für viel Geld einkaufen können. Bis auf ein kostenloses Frühstück wurde keines der gegebenen Versprechen eingehalten. Die Ordnungsbehörde ist trotzdem nicht eingeschritten. Aus Personalmangel. Auch Ingrid Friedrich hat vor einiger Zeit an einer Kaffeefahrt teilgenommen. Sie hat dabei viel Geld verloren. Die Rentnerin hat sich ein teures, aber nutzloses Nackenmassagegerät aufschwatzen lassen. Wie viel haben Sie bezahlt? 2700? Ja, 3000 sollte es kosten. Und dann hat er damit ja auch geködert. Wenn man Barzahlung macht, dann würde er 300 runtergehen. Weil Ingrid Friedrich kein Bargeld bei sich hat, wird sie von einem Helfer des Verkäufers von der Reisegruppe getrennt. Und dann hat er mich doch tatsächlich hier nach Hause, nach Lüneburg gefahren. Ich sage, ich habe aber zu Hause das Geld, dann muss ich noch zu meiner Sparkasse. Sie brauchen mir ja nur zu zeigen, wo das lang geht und so. Die Geldübergabe lässt sich Ingrid Friedrich quittieren. Doch eine einfache Unterschrift nützt ihr nichts. Das kann alles mögliche heißen. Leider kein Adressat dabei, kein Name, kein Widerspruch. Ja, und er hat gesagt, ich würde das alles zugeschickt kriegen. So haben die Ganoven gearbeitet vor 30 Jahren schon. Das ist wirklich ärgerlich. Und dass sie immer noch damit durchkommen, bei der Mehrheit immer noch. Weil es noch zu viel Doofe gibt. Es reicht ein einziger und in dem Fall reichten Sie ja, um seine Kosten nicht nur zu decken, sondern auch noch Gewinn zu machen. Einen ziemlich großen sogar. Im Internet findet Bernhard Stitz ein vergleichbares Produkt für gerade mal 55 Euro. Jetzt ärgert es mich natürlich noch mehr. Da hat man das Geld rausgeschmissen und es bringt nichts. Ja, aber ... Und ich habe gehofft, du hast vielleicht eine kleine Erleichterung, kannst du durch den Tag besser leben. Ja, aber dass das nun wirklich gar nichts ist, da habe ich ja auch nicht mit gerechnet. Ja. Sie stehen aber nicht alleine da. Also wir machen da, was wir da können in der Sache auch. Und mal schauen. Wir werden in Verbindung bleiben in den nächsten Wochen, wenn wir mit ihr dann telefonieren. Sie bekommt nachher noch mal meine Telefonnummer. Das ist gut. Und dann ... Und ich überlege mir das dann oft auch noch mal abends im Bett, wenn ich dann liege. Mensch, kannst du noch was unternehmen oder so? Da bin ich ja zu spät darauf gekommen, dass ich es zur Polizei vielleicht nehmen sollte. Weil ich mir gesagt habe, die sagen ja auch, wenn du so blöde bist, dann brauchst du gar nicht mehr zu uns zu kommen. Das geht dann gar nicht mehr. Die hat das aufgenommen. Genau darauf setzen die Verkäufer. Nur die wenigsten Fälle werden bei der Polizei angezeigt. Aber Bernhard Stitz wird diesen Fall weiter verfolgen. Eine Woche später der nächste Einsatz für die Rentner. Lagebesprechung am frühen Morgen. Eine ganz fantastische Einladung heute, ganz einfach. Dann schlicht gehalten hier. 880 Euro werden versprochen für dich. Toll. Die wirst du nicht bekommen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du mir das dann ... Das ist das, die will ich aber haben. Ja. Ein Anrecht hast du natürlich drauf. Wenn etwas versprochen wird, muss es eingehalten werden. Fragt bitte gleich mal danach, wie das damit aussieht mit den 880 Euro. Und wenn der Verkauf stattfindet, auch bitte dann Bescheid geben, eine SMS schicken, sodass ich dann auch die Polizei mit ins Boot holen kann. Die Vorgehensweise bleibt wie gehabt. Karin gibt sich als Teilnehmerin aus. Begleitet wird sie diesmal nur von einem Kameramann. Der Reisebus fährt noch zwei weitere Haltestellen an. Insgesamt steigen 17 Senioren ein. Dann geht es über die Autobahn. Erst zwei Stunden später teilt der Busfahrer über Lautsprecher den Zielort mit. Es geht zu einem Gasthof ins niedersächsische Dorfmark. Dort werden sie schon sehnsüchtig erwartet. Ich habe schon zwei Anrufe bekommen. Die wollen wissen, wo wir bleiben. Wenn wir da ankommen, dann werden sie von den Veranstaltern in Empfang genommen. Also sprich von den Leuten, von denen sie eingeladen worden sind, von denen sie die Post bekommen haben. Bernhard, wir fahren nach Dorfmark zur Post. Dann nähert sich der Bus seinem Ziel. Nur der Busfahrer steigt aus. Die Senioren müssen warten. Bernhard Stitz ist auf seiner Beobachtungsposition. Nach etwa fünf Minuten verlassen Verkäufer und Busfahrer den Gasthof. Die Reisegruppe wird weggefahren. Ungewöhnlich. Stitz fragt bei den Gastwirten nach. Moin, ich komme zu spät. Was? Ich komme zu spät. Hier sollte doch gerade eine Veranstaltung stattfinden. Keine Ahnung. Sind Sie der Gastwirt hier? Ja. Der Gastwirt gibt sich ahnungslos. Er weiß von nichts. Und als ich ihn dann darauf ansprach, dass er dazu auch nichts sagen müsste, schmunzelte er. Also natürlich weiß er davon, was hier stattgefunden wäre. Was Bernhard Stitz nicht ahnt, schon sehr bald wird er diesen Gastwirt wiedersehen. Der Reisebus fährt zurück nach Hamburg, liefert die Teilnehmer wieder ab. Warum genau die Veranstalter die heutige Fahrt abgebrochen haben, weiß Stitz nicht. Ich denke, dass Sie den Busfahrer gebrieft haben, mit auf den Weg gegeben haben. Achte darauf hin, wenn dir irgendwas komisch vorkommt. Und möglicherweise ist unser Wagen vielleicht zweimal dem Busfahrer aufgefallen. Das würde schon reichen, um Bescheid zu geben, mir ist irgendwas nicht ganz geheuer. Und dann wird das in solchen Fällen auch schon mal abgeblasen. Gerade jetzt im Frühsommer finden viele solcher Ausflugsfahrten statt. Etwa 5 Millionen Menschen fahren jährlich mit. Auch Stitz' Mutter wurde zum Opfer. Seitdem warnt er unermüdlich. Ihr werdet da gnadenlos abgezockt, ihr werdet da betrogen. Hier ist wieder ein Artikel. Schaut euch das mal an, prägt euch das ein bei der nächsten Kaffeefahrt. Wenn ihr dann mitfahren wollt, ich weiß, ich kann das gar nicht den Leuten ausreden. Die fahren raus, aufgrund ihrer Einsamkeit, mal einen schönen Tag zu haben. Aber sagt nein. Ein Drohbrief von Kaffeefahrtbetreibern. Alltag für Stitz. Dieser Satz. Du stehst auf der Fahndungsliste, das nächste Mal gibst ein Arsch voll. Mir als Polizeibeamten zu drohen, Schläge anzudrohen, ist genau kontraproduktiv. Ich fahre jetzt mit, seit dem Jahr 2000 fahre ich mit und fahre sie alle gnadenlos gegen die Wand, diese Veranstaltung. Der Drohbrief kam an seine Privatadresse. Inzwischen ist Bernhard Stitz zum Schutz seiner Familie umgezogen und hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ich habe mich behördlich sperren lassen. Man bekommt meine Adresse nicht mehr so leicht raus. Ich habe hier einige Sicherungsmaßnahmen vorgenommen an der Wohnung. Ich habe einen fantastischen Wachrund hier, der anschlägt schon beim leisesten Geräusch. Also ich kann hier gut schlafen, kann ruhig schlafen. Ein neuer Einsatz für Bernhard Stitz. Nach dem Rheinfall beim letzten Mal will er diesmal noch vorsichtiger vorgehen. Der ehemalige Kommissar wartet deshalb einige Kilometer von der Bushaltestelle entfernt, auf eine Nachricht von seiner Undercover-Agentin Karin. Es soll nach Dorfmark gehen. Wer mich nicht alles täuscht, ist dieses Dorfmark, das Dorfmark, wo wir vor einiger Zeit schon mal gewesen sind und aufgeflogen sind. Das wäre natürlich ein Hammer. Diesmal findet die Verfolgung mit größtmöglichem Abstand statt. Nur dank eines GPS-Signals sieht Bernhard Stitz, wo der Bus gerade langfährt. Wir wissen vom letzten Mal, dass die Veranstalter auf jede Unregelmäßigkeit reagieren, sofort reagieren und sofort abblasen. Und insofern müssen wir heute wirklich auf jede Auffälligkeit verzichten. Es geht über die Autobahn. Nach fast zwei Stunden meldet sich Karin erneut. Diesmal mit einer konkreten Zieladresse. Das gibt's doch gar nicht. Ich lese gerade, es geht tatsächlich wieder zu dem Ort und auch zu der Gaststätte, bei der wir neulich waren, zur Post. Also das ist wirklich besonders dreist, der Gast wird. Ich hab ihm ja schon angesprochen, was auf ihn zukommt. Und heute wird das auf ihn zukommen. Dann wird er sich aber wundern. Währenddessen hat der Reisebus sein Ziel erreicht und die Senioren werden in den Gasthof gelotst. Drinnen sind bereits ein paar Produkte ausgestellt. Laut Einladung soll es die heute alle geschenkt geben. Und der Verkäufer macht sogar noch zusätzliche Versprechen. Halten Sie sich fest, damit Sie mir nicht vom Stuhl fallen. Denn als kleines Dankeschön, dass Sie mir heute zuhören, darf ich jetzt jedem Reisegast, der mitgefahren ist, eine nagelneue, wunderschöne Schmuckkollektion schenken. Das Ganze ist 98 Euro wert. Und ich darf es euch zu einer einmaligen, und jetzt aufgepasst, einer einmaligen Schutzgebühr von nur 49,90 Euro schenken. Auch Karin bekommt eine Schmuckschatulle. Doch geschenkt gibt es hier nichts. Und hier auch mal 50? Wieso 50? 50 kostet die Schutzgebühr. Soll ich bezahlen? Ja, klar. Dann will ich den Schmuck nicht. Dann lass dir das nicht geben. Du musst mal zuhören. Und jetzt nicht mehr stören. Jetzt hab ich die Schnauze voll von dir. Dann ist das Hauptprodukt an der Reihe. Über vier Stunden klärt der Verkäufer die Senioren über die Vorteile eines sehr teuren Vitaminsaftes auf. Karin heuchelt Interesse und lässt sich den Preis vom Verkaufshelfer erklären. Schaut mal. Normalerweise kostet die Vitaminkur ja 2.498 Euro. Und weil Sie ja das Glück haben, hier zu sein, bekommen Sie einmal 500 Euro Rabatt. Und dann nochmal 700 Euro Nachlass. Wenn ich das gleich abziehe, dann sind es nur noch 1.298 Euro. Und dann bekommen Sie noch ein Geschenk kostenlos von der Werbefirma auch nochmal dazu. Sie hatten Interesse an den Kochtöpfen? Die lege ich drauf. Und das müsste ich jetzt hier unterschreiben? Natürlich. Das Angebot gilt nur jetzt. Um bei einem Verkauf rechtzeitig eingreifen zu können, kontaktiert Bernhard Stitz schon mal vorsorglich die Ordnungsbehörde. Dort scheint die Gaststätte längst bekannt zu sein. Man sehe allerdings keinen akuten Handlungsbedarf. Prüfe den Sachverhalt derzeit. Sie wissen das, dass hier auch Straftaten passieren. Sie sehen da die Leute. Das sind Opfer. Und die muss man schützen, diese Opfer. Und dann wird denen irgendwas nachher erzählt. Und dann werden denen da billige Vitamine verkauft. Und das wird heute wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Die man überall kriegt im Discounter für 1, 2 Euro. Die werden für 1200 Euro nachher verkauft. Und da sind wir im Bereich der Straftat. Und wenn man da nicht dagegen angehen kann, gegen diese Banditen, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Keine Hilfe von der Ordnungsbehörde. Dann meldet sich Karin. Der Vitaminsaft wurde verkauft. Bernhard. Okay, ich rufe die Polizei an, ja? Ich rufe die Polizei an. Okay, danke schön. Guten Tag, mein Name ist Bernhard Stietz. Ich möchte einen Betrug melden, der jetzt in dem Moment stattfindet. Billige, billige Vitamine werden hier für 1200 Euro verkauft. Okay, danke schön. Danke schön. Bis gleich. Danke. Ciao. Tschüss. Ah, sehr schön. Kollegen, komm hin. Ich freue mich. Stietz empfängt die Ermittler ein paar hundert Meter vor dem Einsatzort. Moin, Moin. Ich hau und Bernhard, Stietz, Polizeibeamter im Ruhestand. Alles klar. Wir nehmen nach vorne Landefahren. Ah, hab ich gar nicht. Die kommen dann jetzt auch mit hin. Sehr schön, prima. Vielen Dank. Wir kommen hinterher. Danke schön. Doch schon ein paar Sekunden, nachdem die Polizei den Gasthof gestürmt hat, steht Stietz vor verschlossener Tür. Hinter der Glastür das Ehepaar, das den Gasthof führt. Machen Sie doch bitte die Tür auf. Ich mach gar nichts. Das ist doch alles legal hier. Sie haben das doch angemeldet bei der Autosbehörde. Dass die Gastwirtin uns nicht reinlassen will, spricht für sich. Sie hat ein schlechtes Gewissen, zu Recht. Wenn sie ihr Räumlichkeiten für Straftäter zur Verfügung stellt, ist das natürlich sehr ungünstig, um das mal freundlich zu formulieren. Drinnen beendet die Polizei die Veranstaltung. Den Verkäufern drohen 1000 Euro Bußgeld, genauso wie den Gastwirten. Während die Ermittler alle Personaldaten aufnehmen, kassiert die Wirtin noch das angebliche Gratis-Mittagessen ab. Dann geht's für die Senioren über den Hinterhof zum Bus. Ich frage an den Busfahrer, finden Sie das wirklich schön, was Sie hier machen? Sie nur zu einer Treibjagd hier fahren, dass man sie abzocken kann. Und was passiert hier? Sie werden freiwillig von Straftäter über den Tisch gefogen. Sie sind beteiligt daran. Sie wollen doch nur mit, hier will doch jemand mit. Hier will doch die Dame mit. Dieser Busfahrer ist wirklich einer von den Bösen, das kann ich ruhig mal so sagen. Er schiebt seine Verantwortung auf die Senioren, die fahren ja alle freiwillig mit. Die sind alle alt genug. Aber was mit denen hier passiert, mit diesen bedauernswerten Menschen, das sieht er nicht. Das will er nicht sehen. Stitz findet, sowohl Busfahrer als auch Wirte machen sich mitschuldig. Erfolgreiche Einsätze bedeuten für Bernhard Stitz auch immer noch etwas Nacharbeit. Mittlerweile sind fast drei Wochen vergangen. Zu Hause in Flensburg hat der pensionierte Polizist die Arbeit seiner Kollegen verfolgt. Es gibt gute Nachrichten. Die Käuferin hat noch im Beisand der Polizei, hat sie den Kaufvertrag rückgängig gemacht. Der Kaufvertrag wurde zerrissen. Die Polizei hat, was mich sehr freut, dann auch eine Strafanzeige geschrieben und die dann zur Staatsanwaltschaft weitergereicht. Mit der Bitte dort eine Entscheidung zu treffen, inwieweit da noch weiter ermittelt werden soll. Vier Wochen später ist Bernhard Stitz erneut zu Gast bei Ingrid Friedrich. Die Rentnerin hatte sich bei einer Kaffeefahrt ein nutzloses Massagegerät für 2700 Euro aufschwatzen lassen. Auf Anraten von Stitz hatte sie den Betrug angezeigt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja keine gute Nachricht erhalten, ne? Nein. Die haben mir Post bekommen, ne? Ja, die haben einfach mir geschrieben, die haben das Verfahren eingestellt. Jetzt die Staatsanwaltschaft? Ja. Darf ich das mal sehen? Ja, gerne. Sehr geehrte Frau Friedrich, das Verfahren ist eingestellt worden, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte. Wenn keine neuen Anhaltspunkte bekannt werden, ist das Thema durch. Es wird ein nicht gleich geschredderter Vorgang, aber den rührt keiner mehr an. Kein Staatsanwalt und kein Polizeibeamter rührt mal diesen Vorgang an. Das weckt das Geld, das werden Sie nie wiedersehen. Muss ich leider so mitteilen, also keine Hoffnung. Ja, siehst du, jetzt kriegst du die Schläge dafür, wenn man so blöde ist. Hoffentlich machst du es nicht wieder. Bernhard Stitz kann in diesem Fall nichts weiter tun. Aber das beunruhigt mich jetzt. Ich verspreche, Sie mir nicht mehr mitzufahren und wenn, üben Sie nein zu Hause schon. Nein, nein, nein. Von nichts beeinflussen lassen. Sie werden da betrogen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Für Ingrid Friedrich ist es die letzte Kaffeefahrt gewesen. Bernhard Stitz wird weiterhin im Einsatz sein. Auch wenn er nicht in jedem Fall helfen kann, will er es den Geschäftemachern so schwer wie möglich machen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020